willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es ist wieder soweit euer youtuber eldon melton ist wieder unterwegs heute mit keiner sportlichen aktivität nach der fußball challenge und nach der fitness challenge mit willi denn ich befinde mich in dortmund ich bin leicht angeschlagen also leicht angeschlagen deshalb entschuldige ich mich schon ein bisschen in meiner nase oder so karano aber ich bin in dortmund mit mutter bei mutter und vermin lopez also wir sind in zwei tagen also wir sind anderthalb tage vorher gekommen und wir müssen nach köln wir müssen nach köln jetzt dortmund angekommen wir haben jetzt irgendwo geparkt wir fahren zu fuß dahin wir fahren zu flüssen das team einmal kurz ein candy ab Ich wollte heute wieder gehen, hier in Dortmund, aber was haben wir gemacht? Wir haben gebeten, aber der Bruder macht den Nachhinein weg. So Freunde, auf jeden Fall, wir befinden uns jetzt in Dortmund, wir sind in anderthalb Tagen bei der Gamescom LAN mit Fokus, unter anderem noch Eli, Dull, Kuba, Moda, unser Valorant-Fokus-Team, deshalb sind wir davor in Dortmund und heute gibt es einen Dortmund-Vlog, es gibt einen Stadion-Vlog und halt noch davor und danach was, auf jeden Fall, wir sind beim Dortmund-Spiel gegen Eidhofen, Marius Wolf hat uns Karten geklärt, vielen Dank, vielen Dank, Marius Wolf, unser Brä, Dankeschön, ich bin zurück in Dortmund-City, yeah, ich bin zurück auf jeden Fall in Dortmund-City, ich war lange nicht mehr hier, drei Jahre lang, hat mir dort gehört. Heute werden ein paar Flashbacks hochkommen, angeblich du wirst auf Platz verewigt, ich bin Stadion, lass dein Like da, lass dein Ambo da und ich würde sagen, wir gehen rein mit dem Video, yeah! So, es wird auf jeden Fall ein sehr verrückter Vlog, Leute, Muzi und ich als Combo, name a better duo, man! No, no! Auf jeden Fall, Muzi sagt gerade so, wohin wir gelaufen müssen. Wie, wohin gelaufen ist? Oder wir checken das nicht. Nein, 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 wir waren, guck mal, ich check hier dich, aber das macht keinen Sinn. Ja, wir sind auf einer Brücke, ne, ja, die Stadt eine Brücke, wir sind auf einer Brücke, aber die Leute gehen nur gerade aus. Und wenn wir von Anfang Brücke sind, wenn wir von Anfang Brücke sind, Bruder, dann sieht man diese gerade aus. Ja, aber die Leute gehen ja nur gerade aus, das heißt, wir können nur gerade ausgehen. Ja, Bruder, aber du... Wirst du mich fetzen? Was, 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 was? Machst du Sidney, fetzt du Sidney so? Ja, fett nicht, Sidney, eh. Abo, Abo, ich distanzier mich, Rieder, ist dann ziemlich. Das ist dein älterer Sohn. Hä? Lange nicht da hier gewesen, ja. So, wir suchen jetzt, wo wir rein müssen. Ja, Marius Wolf, dankeschön, Abi. Ja, wir sind drin, ey. Ja, die haben uns nicht gepackt. Sie haben nicht gefunden, unsere... Wir sind jetzt drin, Leute. Eldos und ich wurden zum ersten Mal in meinem Leben von Zoll aufgehalten. Und Eldos, sie haben nicht gefunden, unsere Pakete. Ja. Eldos! Ja, ja. Eldos! Rami! Rami! Oh, was ein, was ein Legend, Typ, ja. Das ist ja auch noch. Es geht. Was glaubt, was glaubt, was glaubt, was glaubt. Ja, ja. Kurze Ergebnis Call, Jungs. 1-0 zur Halbzeit und dann Kontertor. Okay. Darin Adi Emil. Elfmeter schießen? Nein! Nein, nein, nein. Ich sag auch, regulär Sieg. Edis, der Schmaler. Edis, der Schmaler. Ja, ja, der Schmaler. Ja, ja, gut so, gut so, gut so. Wie sieht's, Bruder? Wo? Auf diesen Plätzen da. Die werden ganz klein. Ah, Bruder. Ganz hinten drehen. Letzter Platz rechts. Bruder, wir müssen da sein. Ja. Marius Rolf. Beste R4-Deutsche Liga. Bruder, ist das Ernst? Komm mal die Plätze. Also Bruder, ich schwör, aber guck diese Plätze ab. Bruder, guck diese Rase. Bruder, weißt du, was eigentlich ist der Ziel? Ich denke, ich spiel da, Bruder. Eigentlich ist, wir müssen da spielen, ja. Ich denke, ich spiel da, Bruder. Ich denke, ich spiel da, Bruder. Wir sind da, Leute. Yeah, ich bin wieder da. Genau. Wann denkst du, ist der Stadion Santiago? Bruder, wäre ja nicht Kreuzbandriss, dicker. Ich guck genau hier. Ja. Schreibt alle in den Chat, alle in den Kommentaren. Sagt, Wallabilla, ich wär jetzt nicht auf Hasen. Ja. Sagt, Bruder, ich sag, ich sag dir ehrlich, du wärst. Natürlich, Bruder. Sechser, Bruder. Keine Ahnung. Sechser, ich auf acht, Bruder. Perfekt, Bruder, perfekt. Ja, Bruder. Ja. Riede auf Bank. Und jetzt sind wir hier, Bruder. Ticken. Ja. Chill, Bruder. Cola. Und gucken unser Spektakel mal an. Ja. Auf jeden Fall, Leute, es wird ein sehr verrückter, cooler Vlog. Vlog einfach so den Tag. Stadion Vlogs mäßig. Und ja. Yeah, lass dein Like und dein Abo da. Altes Paddy, Falko Reri. I just wanna say, thanks God for the blessing. Yeah, yeah. Yeah. Ich bin Patrick Star. Ey, kennst du das? Kennst du diesen YouTube-Prent? Ja. 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 Arigato. Ja. Ja. Arigato. Ey, kurzer Ergebnis Call. Ermi, der am weitesten weg ist, kriegt, muss Blu geben. Okay. 2-2. 2-2. Okay. 3-1. Egal, 90 Minuten, Zefno. 3-1. Okay. Ich sage 3-2. Yeah. Also. 2-2. Ich 3-2. Mutzi. 3-1. 3-1. Okay. Bruder, das Ding ist. Auf und. Ja. Was wolltest du sagen, Bruder? Lass deinen Kopf reinlaufen. Doch, doch, doch. Okay, okay. Schlotti. Ja. Läuft er so an uns vorbei, ohne Hallo zu sagen? Ja. Ja. Schlotti. Er ist hier vorbeigelaufen, ohne Hallo zu sagen. Stadion. Nein, er ist in seinem Modus. Gut so, gut so. Was ist? Was war? Nein, nein, nein! Oh, ich füte Brü. Dein Arsch mit der Pag. Was? Wir haben gerade Anton hier, Leute. Wir haben Anton begrüßt. Ja, wie ist der Barca? Wir wollen auf einer anderen Platz überlegen. Weil wir saßen falsch. Aber, hier ist Anton. Was geht ab? Einfach Maus trainen. Wir sitzen genau hinter beziehungsweise voreinander. Es ging gleich los, Leute. Anton? Bruder, was sagst du, Ergebnis? 3-0. Boah, das wäre schon krass. Nein, Bruder, 3-0 ist. Eithof ist gut. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das hätten wir sein müssen. Da unten. Da unten. Wir beide. 2-0. W-1-0. Aha. Lockshot, lockshot. Finnet. Jaaa! 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 Boer! Dritte Minute! Boer, sieg mal! Aber das ist so stark! Boer, sieg mal! 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 Jetzt kommt der B4B! So, 1-0 Binnen, Leute! Und Dortmund macht Pressure! Guck mal, Lockshot jetzt! Boer, sieg mal! Boer, sieg mal! Boer, sieg mal! Abo! 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 Elfer, Elfer! 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 Sieg mal hin! Ohhhhh! Aha! 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 Oh mein Gott! Nein, Kipper, Mann! Oh mein Gott! So, jetzt wer ihn guckt. Schuss Step-Over links-rechts. Rechts raus. Jaiden, Maxi, Mal, sind ehrlich gecheatet. Ex-Barser Spürste. Ja! Konter, 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 Konter! Link, nein! Ich sag Bienen, bis jetzt überlegen. Das Ding ist Alkohol steht gut. Die haben auch gute Spiele, aber bis jetzt, also, kommt nichts von denen. Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Maga Yoko, senin götüne girsek tamam mı? Maga Yoko senin götüne girsek tamam mı? nossos götdeliğine girsek tamam mı? Götdeliğine girsek tamam? Water? Göt. Warte, wenn im Gott? Ein junger Auto. Wie der Supporter. Wie der Maja. Halbzeit. Jetzt hat die zweite Halbzeit begonnen. Halbzeit war stabil. War geil. Aber die ersten 10-15 Minuten waren mal crazy. Aber da muss ich mir super. Ja. Wir schauen weiter in das Spiel. Wir scouten weiter jetzt. Ja. Scroo und Patrick. Oh, ey. Corona. Ey. Ey. T-t-t. 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 Was ist das? Das hätte 2-0 sein müssen. 2-0 muss. Boah. 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 Oha! Adimi, Adimi! Komm, komm, Adimi! Komm, Adimi! Oh, jetzt ist er das Wasser gleich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war das knapp! Boah, das war so knapp! Oh mein Gott! Gut ziehen! Gut ziehen! Einfach, er rutscht aus! Amen! Ja! 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 Verlängerung! Verlängerung! 4. Finale! GG an Dortmund! GG an die Bienen! Zaios gegönnt! Du schießt auch an Eidhofen! Yes! Mutzi mit Jersey! Mutzi! Bravo, bravo, bravo! Zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig! So, Freunde, das war's mit dem Stadion-Blog! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Lasst ein Like, da lasst ein Abo, da würde mich sehr freuen! Wir gehen jetzt B! Wird sehr cool, auch Viertelfinale für Dortmund! Gibt sehr gute, viele Mannschaften! Bin gespannt, wen sie da abbekommen! Lasst liebe da, Leute! Würde mich sehr freuen! Ich hoffe, die YouTube-Videos gefallen euch! Liebe geht raus! Danke, alle, die das Video geschaut haben! Kuss, kuss, Leute! Und war sehr nice wieder in Dortmund! Ciao, Brees! Ciao, ciao!